Donald Trump gewinnt die Vorwahlen der Republikaner in New Hampshire und China senkt die Zinsen, genauer gesagt die Anforderungen an das Eigenkapital von Banken, wenn sie denn Kredite vergeben, mit anderen Worten chinesische Banken müssen weniger Eigenkapital hinterlegen, wenn sie Kredite vergeben an Firmen oder Konsumenten, was bedeutet, dass die Kreditvergabe erleichtert wird, was bedeutet, dass Geld in die Wirtschaft fließt. Peking will also umsteuern, hat ja gestern schon die Aktienmärkte gerettet mit der Aussage, wir wollen eben unsere Aktienmärkte stabilisieren und diese beiden Themen dürften jetzt zum Handelsbeginn in Europa im Vordergrund stehen, denn sie haben Konsequenzen. Schauen wir uns zunächst mal eben die Aussagen an. Etwa eine Billion Yuan wird in die Wirtschaft fließen. Dollar Yuan ist ja so bei 7, irgendwas, also etwa ein Siebtel kann man rechnen in Dollar. Immerhin also gute 100 Milliarden Dollar würden dann in die Wirtschaft fließen, so die Kalkulation. Wir sehen hier den Hang Seng, der gleich mit einer Kerze, da das Ganze noch nicht so lange her ist, heute im frühen Handel hier in Europa, im späten Handel beim Hang Seng dann gleich einen Freudensprung gemacht hat. Hier wird also die sogenannte Triple R, also die Reserve Requirements, die Banken eben hinterlegen müssen, um ein halbes Prozent gesenkt. Und Pan, der Notenbankchef, sagt, wir werden weiter in Liquidität in die Märkte einführen. Also das relativ klare Signal, so jetzt müssen wir etwas tun, nachdem die Wirtschaft ja so schwach ist. Auch kein Zufall aus meiner Sicht, dass gestern die Meldung dann aufpoppte, gestern am Abend, dass Jack Ma Alibaba Aktien gekauft habe. Ob er das wirklich freiwillig gemacht hat oder nicht, jedenfalls braucht Peking jetzt solche Nachrichten, seht hier. Jack Ma hat Vertrauen in Alibaba, also alles Gute. Das hat dann dazu geführt, dass der Alibaba Kurs deutlich gestiegen ist. Und wir sehen hier zum Beispiel die Möglichkeit, dass hier ein Doppeltop bei den Amis besteht und ein Doppelboden bei den chinesischen Aktienmärkten. Fragezeichen weiß man natürlich immer erst hinterher, aber die Differenz ist so gigantisch zwischen US-Märkten und den chinesischen Märkten, dass da eigentlich diese Lücke sich irgendwie zumindest verkleinern muss. Kommen wir zu Trump. Der hatte gewonnen mit 54,3 Prozent vor Hailey mit 43,6 Prozent. Jetzt kein Erdrutschsieg. Ob Nikki Hailey damit aus dem Rennen ist, ist schwer zu sagen. Kurz vorher lagen die Prognosen bei Trump 60 Prozent, Hailey 38 Prozent. Also es ist nicht ganz so klar geworden. Joe Biden allerdings geht davon aus, dass Trump nun sein Gegner wird. Und das Problem der Demokraten ist aus meiner Sicht, dass sie wirklich glauben, dass Biden gegen Trump gewinnen kann und wird. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist eher gering, weil einfach Biden als nicht mehr geeignet als US-Präsident gilt. Es gibt einen anderen demokratischen Mitbewerber, ein jüngerer Mann, Unternehmer, der hier wahrscheinlich der bessere Kandidat wäre. However, das deutet eben darauf hin und damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Donald Trump wirklich der nächste Präsident werden wird. Und was hat das für Konsequenzen? Erstens, Trump würde die Unternehmenssteuern senken, wäre ja zunächst mal eine schicke Sache für die Aktienmärkte. Aber würde das Einnahmeproblem der Amerikaner, das sie ohnehin haben, da sind nämlich die Steuereinnahmen anders als in Deutschland ein Problem, noch weiter senken. Gleichzeitig würde er wahrscheinlich mindestens so exzessiv Geld ausgeben wie Joe Biden, der das ja auch gerne macht, was Trump schon in seiner ersten Präsidentschaft gemacht hat. Das heißt, wir würden eine Weitersteigerung des Defizits haben und gleichzeitig würde Trump wahrscheinlich den dann amtierenden Notenbankchef zwingen, irgendwie die Zinsen noch weiter zu senken auf Null. Alles zusammen ein hochgradig inflationärer Mix, muss man sagen. Und da sind diese Zölle noch, die dann oben drauf kommen, die würden dann wahrscheinlich zehn Prozent auf alles betragen, was in die USA importiert wird. Auch das natürlich hochgradig inflationär. Also das wäre wahrscheinlich ein Melt-up-Szenario für die Aktienmärkte mit anschließendem Crash, wenn nämlich klar wird, das Ganze wird so nicht wirklich funktionieren. Aber die Spaltung in den USA, die ist groß. Hier sehen wir mal eine Umfrage, die zeigte, dass bei den Trump-Wählern, also diejenigen, die jetzt bei den Vorwahlen Trump gewählt haben, gehen 86 Prozent davon aus, dass Joe Biden nicht der legitime Präsident ist, dass er also nicht wirklich die Wahlen gewonnen habe. Bei den Anhängern von Nikki Haley sagen das nur 19 Prozent, während 72 Prozent davon ausgehen, dass eben Biden der legitime, weil gewählte Präsident ist. Und dieser gewählte Präsident, der braucht jetzt auf jeden Fall gute Nachrichten aus der Konjunktur, sodass wir die Situation erleben könnten, dass die vom Staat herausgegebenen Konjunkturdaten, die staatlichen Wirtschaftsdaten also immer relativ gut ausfallen. Denn das ist das, was Joe Biden jetzt braucht. Wir haben ja gesehen, dass die Konsumentenstimmung Uni Michigan deutlich hier zugelegt hat. Obwohl jetzt erstmals gestern, ich hatte darüber einen Markenflüster gemacht, macht die Märkte nicht mehr zwingend davon ausgehen, dass im März bereits die Zinsen sinken werden. Je wahrscheinlicher es ist, dass Donald Trump Präsident wird, umso schwieriger wird diese ganze Geschichte. Wir haben jede Menge Seltsamkeiten an diesen Märkten derzeit. Wir sehen zum Beispiel, dass dieses Muster, was eigentlich immer greift, wenn die Renditen und der Dollar steigen, fallen die Aktienmärkte. Das ist derzeit außer Kraft gesetzt. Wir haben einen weiteren Anstieg des S&P 500 auf Allzeithoch. Wir sehen aber, dass der Dollar gestiegen ist in letzter Zeit und wir sehen, dass die 10-jährige Anleiherendite gestiegen ist. Passt nicht so richtig zusammen. Dann sehen wir Zinskurve. Normalerweise ist es positiv, wenn sich die Zinskurve weiter invertiert und der S&P dann steigt. So haben wir das in der Vergangenheit immer gesehen. Jetzt ist es so, dass sich die Zinskurve entinvertiert, also wieder Richtung Null und ins Positive zu drehen beginnt. Der S&P aber trotzdem steigt. Auch gegen das übliche normale Muster, was wir sehen. Dann sehen wir Junk Bonds, die nicht in diesem Umfang diese Rally mitmachen. Als die Junk Bonds nicht mehr gefallen sind im Oktober, der S&P aber schon, war das das Zeichen. Wir haben hier eine Wende. Wir sehen also, dass die Ramschanleihen, die Achillesferse der Finanzmärkte. Hier sind die größten Risiken, dass die nicht so euphorisch reagieren, wie eben die Aktienmärkte insgesamt. Wir sehen Dow Jones Industrials gegen Dow Jones Transport. Auch hier ein Signal aus der Dow Theory, das nicht gerade so richtig auf dauerhaft gesunde Zustände schließt, weil einfach die Transportwerte eine Art Frühindikator sind für das, was kommt. Hier sehen wir zum Beispiel Stellenstreichungen im Trucker-Bereich. Das ist ein negatives Vorzeichen. Also, wir sehen ein Seithochs, auf der anderen Seite aber eben diese Widersprüche. Widersprüche sehen wir auch in den Zahlen gestern. Wir haben Netflix, die mit den Zahlen überzeugt haben, obwohl der Gewinn jetzt nicht so toll war, aber eben die Abonnentenzahl höher als erwartet, über 8% gestiegen. Wichtiger aus meiner Sicht eigentlich Texas Instruments. Warum? Weil, wie Bloomberg hier schreibt, das ist der Chip-Hersteller mit der größten Kundenliste und der größten Bandbreite an Produkten, die er anbietet. Dementsprechend ein sehr gutes Zeichen für diese gesamte Industrie. Schwache Zahlen. Wir sehen, dass die Aktie deutlich fällt. Also, Netflix positiv, Texas Instruments negativ. Wir sehen hier mal einen möglichen Count für den S&P 500. Der könnte noch so bis in diesem Bereich 4890, 4880, wo wir jetzt praktisch schon sind. 4900 ist dann nochmal ein interessantes Niveau. Dann würde er auch an der oberen Trendkanalbegrenzung ankommen. Und all das eben sehen wir in einer Situation, wo Putz nicht gerade geliebt werden. Wir sehen rückläufiges Put-Volumen. Wir sehen dieses Auseinanderdriften zwischen Rendite und dem Nasdaq in den Charts. Kommen wir mal nach Europa, hier mit SAP. SAP hat das Schwergewicht im DAX, hat seinen Ausblick für 2,25 angehoben, will aber 8.000 Stellen streichen, wegen KI und so. Also, KI kostet Jobs. Ebay hatte gestern angekündigt, 1.000 Jobs zu streichen. Das ist die große Frage. Was wird das mit dem Arbeitsmarkt machen insgesamt? Und wenn wir hier mal in Deutschland und Europa bleiben, haben wir jetzt gleich die Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland. Werden die sich leicht verbessern, wie hier in den Prognosen erwartet wird. Wir haben dann 15,45 als einziges relevantes Konjunkturdatum auch diese Einkaufsmanager-Indizes aus den USA. Und schauen wir uns mal, auch wenn die Manufacturer auch in den USA ihre Schwierigkeiten haben. Aber wir sehen einen Riesenunterschied hier zu Europa. Da ist sehr viel Geld reingeflossen, auch natürlich durch die protektionistischen Maßnahmen faktisch von Joe Biden. Deutschland das Schlusslicht in der Industrieproduktion in Relation zu dem Stand 2018. Und IFO hat jetzt seine Wachstumsprognose für 2024 auf 0,7% gesenkt. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, hält das für optimistisch und geht von einer weiteren Schrumpfung aus von minus 0,3%. All das natürlich auch eine Folge der Energiewende, die um und bei, wie das Handelsblatt berechnet, bis 2045 1,11 Billionen Euro kosten wird. Das haben wir ja ganz normal, ist ja klar. Das haben wir ja linke Portokasse. Ja, also da brauchen wir uns überhaupt nicht anstrengen. Und das alles in einer Situation, wo jetzt eben versucht wird vor Gericht zu klären, was ist da eigentlich passiert bei der Abschaltung der Atomkraftwerke in einer Zeit, in der wir eine massive Energiekrise hatten. Eine Energiequelle abzuschalten ist natürlich schon eine geniale Idee. Nicht, dass all das jetzt alle Probleme gelöst werden mit Atomkraft. Bei Weitem nicht. Sicherlich auch eine Technologie mit Problemen. Aber eben in einer solchen Situation, in der wir jetzt sind, nämlich, dass wir, wenn zum Beispiel Sturm ist, die Windräder sich drehen ohne Ende, dann der Strompreis negativ wird, weil wir zu viel davon haben und das Ganze nicht speichern können. Das heißt, Deutschland hat die Situation, dass wenn wir zu viel Strom haben, dann müssen wir sogar Geld dafür zahlen, wenn man so will, oder die Betreiber, dass wir diesen Strom abgenommen bekommen. Und wenn wir zu wenig über Erneuerbare an Energie generieren, dann müssen wir teuer einkaufen. Das heißt, wir sind sozusagen wie ein Händler, der ein Produkt verkauft für Null oder für Minus. Und wenn er sich neue Ware hier bestellen will, die er dann verkauft, dann zahlt er dafür teures Geld. Das ist nicht gerade sehr ökonomisch gedacht, muss man sagen. Und wer trägt die Kosten? Die Verbraucher. Etwa jede Familie wird etwa 800 Euro mehr im Jahr für diese ganze Geschichte bezahlen. Und Europa trifft natürlich auch hier diese ganze Geschichte im Roten Meer. Hier mal ein extrem guter Hintergrundbericht über die Konsequenzen, die aus meiner Sicht noch nicht so wirklich bepreist sind in vielerlei Hinsicht, die die Angriffe für die Houthis im Roten Meer, welche Konsequenzen das auch für die Weltwirtschaft, vor allem für die europäische Wirtschaft hat. Erste Empfehlung. Und zweite Empfehlung, ja, sollte man jetzt in China investieren, in Alibaba zum Beispiel, nachdem der Jack Ma hier sich eingekauft hat. Also für alle, die sagen, okay, wirklich teuer sind die nicht, kann man sich vorstellen, wäre dieser Artikel sicherlich relevant. Diese beiden Artikel also, meine Damen und Herren Damen und Herren, ich sage Servus und Ciao.